Willkommen bei die Smartzone. In diesem Video besprechen wir den die besten Mini-Mixer-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Auf Platz 5 haben wir die Krups KB3031. Das Krups-Modell kann als ein Mixer, Crosshair sowie Mühle genutzt werden. Ein tragbares 3-in-1-Werkzeug mit einem effektiven Motor. Mit 300 Watt in einem kleinen Gebiet jedoch dauert es normalerweise Ort, der der Mixer überhitzt und der Geruch von Plastik entwickelt, die jedoch die Top-Qualität über das Ergebnis der Mischung nicht stört. Wenn die 23.000 U-Min zu viel angezeigt wird, wechseln Sie auch auf der ersten Stufe die nur 18.000 U-Min für die Zerkleinerung nutzt. Auf der positiven Seite sind alle abnehmbaren Teile zusätzlich Geschirrspühle sicher, sowie unkomplizierte Reinigung behandeln. Mit der vermeintlichen Klick-System, die Klingen schnell ausgetauscht werden können. Der Mischer eignet sich für Getränke, Cocktails, Sackes, Soßen sowie Suppen und auch der Container ist aus Glas, die zusätzlich das Handling von warmen Flüssigkeiten erlaubt gebaut. Schröder und Kraut und Geschmackmühle, dennoch bestehen aus Kunststoff, leider nicht paarfrei, sowie können schnell verarbeiten, Zwiebeln, Kräuter, Nüsse, sowie verschiedene Gewürze. In Bezug auf Kosten ist der Mini-Mixer grobserschwenig. Umzug auf Nummer 4, haben wir die HOMEASY-Standmixer. Mit der HOMEASY-Mixer oder Küchenmaschine haben wir auch einen leistungsstarken Mini-Mixer 300 Watt und 21.000 im Schrägstrich Minze behandeln. Perfekt für Sackes, Joghurt, Nüsse, Pester oder Suppen, wie der Mischer im Ungegenhitze und Kälte minus 40 C bis plus 80 C ist. Eine klare Plus ist, da die Serie von Anwendungen von Küchengerätbereich und Familie deutlich erhöht werden kann. Viele lobten ebenfalls ziemlich leise Geräusch des Motors sowie das ansprechende Layout der nützlichen Bereichkochassistenten. Manchmal allerdings die Homogenität der Smooth-Mix-Einheitlichkeit wurde zugeschlagen, besonders wenn Karotten, Kohl oder vergleichbar. Die Komponenten gezählt. Verschiedene andere Personen freuten sich speziell mit der Feinheit der geschnittenen Nüsse oder Kräuter. Auch die Reinigung wurde gelobt als sehr einfach zu handhaben, da die Klingen geholt werden können loszuwerden und einzeln gereinigt. Alle austauschbare Komponenten sind zusätzlich Geschirrspülmaschine sicher. Übrigens, die Neuordnung der Einzelkomponenten, Messer, Tassen, keine Sorge, die die Widerstandskraft des gesamten Geräts oft verlängern müssen. An die Rutschfüße, ein An-Ausschalten-Sicherheit-Knopf und zwei zusätzliche Parfaito-Gomix-Behälter füllen sie die große Vielfalt der Home Air Su. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Auf Platz 3, haben wir die AI-Cook Smoothie. Manchmal ist der Preis nur eines eines der wichtigsten Kriterien. Obwohl AI-Cook gesunde Smoothie-Marker eine erschwingliche Mini-Mixer ist, empfehlen wir es ausgezeichneter Gewissens. Wieder einmal finden Sie sicherlich einen leistungsstarke 300 Watt Elektromotor, der bequem anspruchsvollere Komponenten wie Karotten, Kohl oder gefrorenes Obst zerquetschen können. Wenn Sie Eis mischen wollen, müssen danach sicherstellen, dass nicht mehr als 90 Gramm pro Verfahren kombiniert werden. Mischen ist zusätzlich, nach 30 Sekunden zur Abkühlung Zwecke zu beenden. Die Fähigkeit ist ca. 600 Milliliter als mit einer Menge von Gartgase und die Größe ist nur 22,5 bis 13,5 bis 23 Zentimeter, so dass der kleine Mixer leicht verstaut werden und verschoben werden kann. Geeignet für Menschen, die beachten Sie ihre Dietschema als auch ihr Wohlbefinden in einem hektischen Alltag denken wollen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang besonders die barfreien Tritan-Container mit der praktischen Anti-Rutsch-Oberscheide. Zwei Funktionen, die nicht der kleine Mixer und auch die Verbraucher haben können wurden sehr gut angenommen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die AEG Perfekt Mix. Ideal für Sportler. Es ist AEG Sporting Tätigkeit Mixer, die rasante sowie üppigen Smoothie Mixen gibt, die tatsächlich in der lang andauernden Test validiert wurde. Noch härter Bestandteile, wie Nüsse, eisigem Obst oder kleine Eiswürfel können leicht in den Smoothie Mixen dank der 0,4 PS Motor vergleichbar mit 300 Watt und auch 23.000 U-Schrägstrichmen verfeindet werden. Darüber hinaus besteht die Sendung von zwei zusätzlichen Unzerbrechlich- und auch Spülmaschinenfest-Zubehör, damit Sie in gleicher Stückzahl oder verschiedene Mischungen, ZB für einen Smoothie-Kur oder eine Diätplan vorbereiten können. Die Behälter sind robust und barfreiem Tritan gefertigt und eignen sich daher auch für empfindliche Personen, die eine gesunde Smoothie-Marker durch eine Anpassung der Diätschema wachsen wollen. Die kompakte Größe des Mischers ist ein weiteres Plus, da das Gerät einfach zu speichern und auch kann auch behandelt werden. Viel längere Fahrten. Die Rate-Zwischensegment ist daher durchaus gerechtfertigt. In unserer Untersuchung vielleicht nicht die besten Mini-Mixer, aber auf jeden Fall Einsätze empfehlen Gartit. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die WMF Cult Mix & Co. Der WMF Mixer ist unser Testsieger als auch daher die besten Mini-Mixer. Es verfügt über ein Premium-4-Blatt-Edelstahlmesser, eine Füllmethode-Container mit 0,6L-Fähigkeit und 300 Watt-Leistung. Es ermöglicht zusätzlich einen gesunden Smoothie mit eisigem Obst oder Cross-Hood-Eatser zu bereiten. Jedoch mischen Sie nicht lange, sonst das Produkt verwendet, um übermäßiger Erwärmen und es können vorübergehend Geruch verursachen. Biete Watt für Ihre Sicherheit. Die Mischung verfügen nur Funktionen, wenn der Behälter angebracht ist. Das ist eine entscheidende Eigenschaft speziell für Eltern mit Kindern. In Bezug auf Dessichen lässt diese Mini-Mixer keine bevorzugte. Bei der Gestaltung von WMF. Das Hauptprodukt gemacht war Matromag eines Trendy und Unnabar. Die abnehmbare Behälter hat eine nützliche Alkoholkonsumabdeckung sowie ist auch Geschirrspühle sicher. Der Test hat tatsächlich gezeigt, dass die WMF Kult mischen und gehen einfach zu nutzen und ein hohes Maß an Stabilität hat. Auch vielen Dank an die Anti-Rutsch-Konstruktion. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.